Der Spiritername Padmini. Padmini ist ein Spiritername für Aspirantinnen mit Lakshmi-Mantra. Padmini ist ein Beiname für die indische Lotusblüte. Padmini ist die lotusartige. Padmini wird auch manchmal verwendet als eine Anzahl von Lotussen. Padmini heißt auch diejenige, die zu Padma, also zur Lakshmi, gehört. Padmini ist zum einen ein Beiname von Lakshmi. Padmini heißt aber auch diejenige, die zur Lakshmi gehört. Padmini kann man auch übersetzen als die lotusartige. Du bist Padmini im Sinne von, du gehörst zu Lakshmi. Lakshmi gehört zu dir. Lakshmi wirkt durch dich und du willst Lakshmi durch dich wirken lassen. Du hast aber auch jede Menge Lotose in dir. Die Lotose sind zum einen die Chakras. Du willst, dass die Chakras in dir erwachen und willst die Chakras durch dich hindurch strahlen und leuchten lassen. In jedem Chakra sind bestimmte Fähigkeiten und Möglichkeiten. Indem du deine Chakras öffnest, kannst du mehr noch zum Instrument der göttlichen Mutter und des Göttlichen werden. So viel wartet noch in dir entfaltet zu werden. Beschränke dich nicht. Öffne dich. Lass Kräfte in dir erwachen und sich entfalten. Werde zu einem Padmini.